Liebe Freunde, heute habe ich die Sabine bei mir, das gefällt mir aus Salzburg und übt seit Oktober mit den Lernvideos, klappt es schon echt gut, gell? Und dann spielen wir heute ein, zwei Sticker an Verstanden mit Sepp an der Branche. Und dann spielen wir heute ein, zwei Sticker an der Branche. Und dann spielen wir heute ein, zwei Sticker an der Branche. Ja gut, oder? Dann haben wir uns da wieder zusammengekommen. Ja, das ist unsere Fans auch gut gesehen, gell? Du schaust dir die Videos auch gut an, gell? Mhm. Es hat mir gefällt dir, wenn die Schüler spielen. Ich habe gesagt, sie müssen es auch mal vor uns ein Video machen. Dass eine andere auch eine Folge haben, wenn wir so schön spielen, gell? Und heute ein Ausblick gemacht. Wir machen jetzt eine Zugabe an die Stahl. Betula Stahliger. Gell? Was ihr bekannt? Gell? 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 Ah! Gell? 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 Ja! Gell? Ja gut, Ende gut, alles gut, oder? Das war schön, das Bretula, Stalina Polka. Ja, wir werden jetzt das Video recht kurz machen, gehen wir wieder weiter üben und so. Alles, alles Gute, nettes Zweimats und bis zum nächsten Mal. So ein Video wünsche ich euch alles Gute, gell? Fertig! .